Das ist auch voll realistisch, ne? Das ist auch voll realistisch, ne? Das stimmt. Aber das ist Fachsprache. Das ist Fachsprache. Das ist Fachsprache. Hier kommt man. Woher kommt die Lava? Ich will meinen Scheider. Ich auch. Ich nicht. Und ich will X-Ray wiederhaben. Was willst du? Ich hab sogar Schnee. Ich will X-Ray wiederhaben. Jo, nur am Cheaten hier. Hey, wir hatten das alle drei auf diesem einen Server da. Auf welchem? Alles gut, Flo. Alles wird gut. Ich bin auf Bedrock. Auf einmal bin ich auf Bedrock. Am Arsch bin ich auf Bedrock. Wann hatten wir denn X-Ray? Alter, das wird immer fester, Flo, ne? Ich will nicht mehr. Torben. Ne, sag mal, wann hätten wir denn X-Ray drauf? Jetzt bin ich verwirrt. Du tust grad hoffentlich nur so, ne? Nö. Oh, Tobi. Mann, jetzt deckt's doch wieder. Ist mir scheißegal. Ich... Ich hab... Nein, hab ich nicht. Aber ich hab blaue Steine gefunden. Hä? Da steht doch jetzt... Leute! Nein, das steht bei mir nicht. Bei mir steht einfach nur verlassen. Ähm, ich hab blaue Steine gefunden. Ja, Tobi. Was hast du gefunden? Ich hab blaue Steine gefunden. Was? Blaue Steine gefunden. Wie heißen die denn? Ja, die heißen... Warte, guck in den Chat. Moment. So. Lol. Nice. Wie viele? Das ist ein Arschloch. Drei. Haha, reicht noch für den Spitzschocker. Ja, und? Ja, und der kann schon mal in den Nähtown... Moment, wer sagt, dass wir das Portal nicht mitbenutzen? Hä? Wer sagt, dass ich das einfach an die Oberfläche baue? Ich? Nein, eigentlich... Eigentlich hab ich erst, äh, gesagt, ähm... Als ich gesagt hab, ich hab blaue Steine gefunden, meinte ich Lapis. Dann bin ich, äh, von meinem Strip-Mininggang auf ne Höhle gekroffen. Und da hab ich direkt am Anfang die erst gefunden. Und dann... Und dann... Ja, jetzt gerade. Aus Frust. Aber es hat funktioniert. Du... Ja, ich werd gleich irgendwann mal... Gleich irgendwann mal. Ich werd vielleicht nachher mal machen. Ich fand... Ich find das schon ziemlich geil, dass ich jetzt einfach mal drei Dias hab. Muss ich sagen. Finde ich nicht schlecht. Ich bin froh, dass der Moritz wieder weg ist. Jetzt find ich wieder als erster Dias. Haha. Immer weiter geradeaus. Boah, ey, aber ey, der Moritz ist echt nicht laut. Ja? Weiß nicht, ich sag... Warte, ich will sehen, wie viel, äh, wie die angeordnet sind. Wie was angeordnet ist. Hä, ja, und ich würd die auch direkt abbauen, wenn du da irgendwas sehen willst. Ja, aber... Er hat sie abgebaut, weil das nicht kapiert hat, was ich jetzt von ihm wollte. Hä, ich hab auch nicht kapiert, warum du wissen willst, wie die angeordnet sind. Ja, eben, hab ich... Ja, keine Ahnung, ich find das lustig. WTF? WTF? Aber ein bisschen, Tobi. Ich find das lustig, wenn ich seh, wie die als angeordnet sind. Das zeigt alles über einen Charakter aus. Beleidige nicht mein Hobby. Hilfe! Halt die Fresse, Flo, ohne Spaß. Ich sag Hilfe. Helfen wir ihm mal nicht. Ja, nein, warum sollten wir ihm helfen? Ich find's eher lustig, wenn das Stil... Gigi, Tobi. Boah, scheiß Hexe hoch, fucker. Schon wieder Redstone. Redstone. Man! Redstone. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Da war Eisen. Und da ist ne Hexe und da war ein Höhlen-Gänger. Ich hätte gerne zwei Diamanten. Flo, du wärst einfach mit sterben. Nein, dafür will ich nicht führen. Mein Inventar ist leider voll. Hoho. Gott schade, dass es hier keine Rucksäcke oder so gibt, ne? Das ist echt schade. Das ist echt traurig. Da muss ich auch ein bisschen weinen. Ich hab... LOL. Okay. Ich hab LOL. Ne, ich hab nicht LOL. LOL. Ja, aber ich hab LOL. LOL hab ich nicht, aber... Ich hab hier so LOL-ig... LOL-iges Zeugs gefunden. Riecht so teuer, Mann. Ich bin müde. Nö. Ich bin einfach nur enttäuscht. Ich bin enttäuscht, mehr nicht. Sag ich doch. Ist doch dasselbe. Boah. Boah. Das hat gut. Boah. Boah. Da hab ich ja nochmal Glück gehabt, ne? Boah. Da hab ich nochmal Glück gehabt. Da hab ich nochmal Glück gehabt. Alter Flo. Geh dich verbuddeln. Und komm da nie wieder raus. Da hab ich nochmal Glück gehabt, du. Das hätte schlimmer enden können. Tschüss auch. Echse, hallo. Ich hab auch Steine gefunden. Ehrlich, schon wieder? Ja, Lapis. Ich weiß, es ist Lapis. War es vorher doch auch, aber dann hab ich die echten blauen Steine gefunden. Die echten. Es gibt echte und unechte blauen Steine. Das tut. Das ist cool. Mann, die Hexe hat mich, Alter. Ich werd auf ein halbes Herz abgezogen. Scheiß Hexer. Bitte geh sterben. Warum will ich den Eichen setzen? Ja, weil ich will die ja töten, die Hexe. Hä, warum? Weil ich sonst nicht weiterkomme. Boah, du bist ein Genie, Alter. Genius. Ohne Spaß, aber schlaust wie dich hab ich echt noch nie erlebt. Erlebt. Er, erlebt. Was ist langweilig? Strip-Mining. Oh ja. Aua. Du könntest ja, äh, Dingens, äh, schnell, äh, 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 verschnellen. Äh, äh, Dingens. Ja, genau, so ein, äh, Speed-Dings reinmachen. Aber dann hört man ja meinen schönen Kampf gegen die Hexe nicht mehr. Ja, und? Doch, du kannst ja ganz langsam sprechen, dann ist das ja wieder in Originalgeschwindigkeit. Ja. Ja. Obwohl, wenn du die... Also, Leute. Ich hab echte blaue Steine gefunden, also jetzt echt Dias. Ganz viele Dias. Oh, ganz viele. Das ist schon traurig, Torben. Ähm, ich hab jetzt neun. Starke Leistung. Sieben Stück. Sieben Stück? Ja. Ah, ich hab letztens meine Survival-Maths 8 gefunden auf einer Stelle. Das interessiert keinen. Äh, weißt du mal, wie viel wir in einer Höhle, also an einem See da gefunden haben, oder Loversee? Ja, weil irgendwer da die Aufnahme verpennt hat. Äh, ne, deswegen haben wir die... Der Speicher vollgelaufen. Deswegen haben wir die nicht gefunden. Kann das ja nicht wirklich beweisen. Hä, wo ist denn die Hexe hin? Die Hexe ist einfach mal despawned. Die ist einfach mal despawned. Die dachte ich... Nö, ich hab keinen Bock mehr auf Flo. Ich hätte auch keinen Bock mehr auf Flo. Ja, auf so einen dummen Kämpfer. Da denkt sie, er ist kein Gegner für mich, ich hau da mal wieder ab. Ich wette, die steht gleich hinter mir. Wetten wir, die steht gleich hinter der Ecke und Flo erschreckt sich einfach richtig. Wetten wir, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Schon wieder lieber, Torben? Ja, weil ich keine blauen Steine mehr finde. War schon neun. Ja, erst. Ja, dann kannst du ja jeden von uns beiden drei abgeben. Das reicht erst für eine Spitzsacke, ein Zaubertisch und ein Schwert. Ich würde mir ein Schwert machen. Ja. Oh Mann. Ich wollte gerade irgendwie sowas gescheites sagen. Ja, ich überlege gerade, was für einen Tipp du mir geben wolltest. Und dann du gedenkt hast, wir spielen ja gar nicht mehr zusammen. Wie eine Spitzsacke oder Zaubertisch machen sollst. Ja, das weiß ich ja eh. Da du das ja schon machst, hat er dann gestorben. Ey, was wolltest du mir für einen Tipp sagen? Nein, ich wollte dir keinen Tipp geben, als ob ich dir einen Tipp geben würde. Torben hat überlegt, welchen Tipp du ihm gelätzt hast. Und dann hast du gemeldet... Ach, wir spielen ja gar nicht zusammen! Yo! Nein, Torben, ich würde doch... Halt mal die Klappe jetzt! Nein, Torben. Hier ist irgendwo eine Höhle. Ich schwör's dir. Oh! Ich kann in der Höhle, Torben. Ja, aber ich bin auf der Höhe und an dem Diamantenort. Ach so, du machst Strip-Mining, ne? Ja. Aber wenn man Strip-Mining ein bisschen durchhält, findet man echt viele Dias. Ach nee, man sucht ja auch eine extrem große Fläche ab. Nein, der Flo Strip-Mind sitzt hier blöckeweit und sagt dann, ich hab keine Lust mehr. Aber eigentlich mach ich ja gar kein richtiges Strip-Mining. Ich mach... ja... also kein effektives, ne? Ach so. Tja, das ist dumm. Nö. Also wenn ich bei meinem Haus bin, dann... Ich glaube, ich hab ne Mine. Das sieht sehr stark nach Mine aus. Ja und? Dann back dir ein Eis davon. Ja, da kriegt der voll viel Eisen. Am Arsch... Eisen geht mir am Arsch vorbei. Ich brauch Diamanten. Hä, da findest du auch voll viele Dias. Nein. Ah nee, ist anscheinend doch keine Mine aus. Oh, schade Tobe, echt. Ich bin ein bisschen traurig. Ja, genau. Da muss ich schon ein bisschen weinen. Aua. Alter, ohne Spaß hab ich jetzt schon lange keine Dias mehr gefunden. Ja. Mal trauen nach Spaß erst. Hallo lieber Mr. Zombie. Hör auf so rumzuleggen, ansonsten... Schon fast wieder die nächste Spitzer geköppte Eier am Arsch. Ich will mal wieder Dias. Was? Nutzt du nur Eisen oder auch Stein? Eisen. So zum Kohle abbauen. Eisen? Ja. Ich kann's mir leisten, alter. Kann ich mir auch. Ganz ähnlich. Und jetzt leckt's grad bei mir. Wieso leckt das jetzt? Ja, bei mir auch. Hat mein Handy auch. Ich könnte sogar Dias nehmen, aber dann kann ich mir kein Dias Schwert mehr bauen. Nein. Was könntest du machen? Ich könnte mir auch einfach zwei Dias Spitzhacken machen, aber dann könnte ich mir kein Dias Schwert mehr machen. Mann, hier kriegt man jetzt überall diese scheiß Dioritsteine und so. Die gehen mir echt auf den Sack, weil die das Inventar so voll machen. Ja, aber die finde ich... Und die kommen immer! Äh, die... Da kann man aber so richtig Steine ausmachen. Ja, aber ohne Texture Pack sehen die scheiße aus. Sind die unnötig? Ich spiel gerade auf Voll. Und das sieht nicht scheiße aus. Das sieht scheiße aus. Ich hab doch auch die Default-Textur für die Steine. Ja, ich auch. Ja, Flo, du bist aber kacke. Ja, na und? Ah, immerhin siehst du es ein. Alter, ich brauch meinen Shader in der Idee. Oh, Creeper, dann komm mal her. Ah, okay, äh, Matten füllt... Äh, äh... Wie Brot? Drei Hungerbalken da auf. Ja, wie Brot ist das? Brot. Nein, Brot macht zweieinhalb. Zweieinhalb oder drei auch? Nein, zweieinhalb. Und Apfel macht zwei. Apfel macht zwei. Hab ich doch gesagt. Oh, ich hab drei verstanden. Entschuldigung. Oh, ein Skelett und ein Creeper. Was kann man daraus machen? Hab ich schon, was man daraus machen kann. Ähm... Ich hab schon wieder Steine gefunden. Erneben, Zombie. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Siebzehn hab ich. Boah, ich mach gleich auch Strip-Mining. Hoffentlich findet der Flo da einfach gar nichts. Weiß drauf. Er denkt einfach, er könnte in meine Fußstopfen treten. Ja, das denke ich. Welche Höhe bin ich? Zehn. Ja, das ist toll. Auf sieben, acht und dreißig kann man auch keine dir finden. Lol. Ja doch Flo, die gibt's ab dreißig. Also du musst acht Blöcke runter. Ah ne, ich bin auf Höhe 21. Flo, die gibt's doch in dieser Version nur auf dreißig. Hast du nicht auf... Nur auf dreißig, echt? Ja, wirklich nur auf Höhe 30. Sonst nirgendwo. Ja, stopp. Okay, dann mach ich jetzt auf der Höhe Strip-Mining. Vielleicht findest du... Die sind ein bisschen seltener geworden, ne? Da brauchst du ein bisschen um welche. Vielleicht findest du auch mein Strip-Mining-System noch. Oh cool. Das könnte durchaus sein. Ja. Leute, ich wohne jetzt für immer übrigens unter der Erde, ne? Ich hab keinen Bock mehr ins Tageslicht zu kommen. Ich hab nen Enderman, meinst du? Ich krieg den Daumen. Ey Torben, soll ich dir ne Brücke bauen? Ich werd jetzt sowas von sterben, ne? Ja klar kriegst du nen Enderman, ohne das ist doch nichts. Äh doch, weil die jetzt ultra viel Schaden machen, denk ich mal. Du kannst dich einfach zwei Blöcke hochbauen. Nein, ich bin noch nicht feiger. Und sonst können die dich ja nicht hitten. Alter, mach nicht so viel Schaden. Ich hab ne Ender-Perle. Oh man, ich dachte, du stirbst. Du hast uns doch keine Hoffnung, Tobi. Was hast du, Tobi? Du bist der King. Am Asch bist du der King. Ich hab 17 Dias. Ich bin der King. Äh... Denkst du, das wär jetzt irgendwas... Nach der ersten Höhlentour 17 Dias ist nicht schlecht. Das ist richtig. Ist ja munter ihn auch noch, Flo. Ja okay. Torben, du bist der Beste. Du bist der Schönste. Nein. Doch. Bin ich leider. Und äh... Das erste war auch gelogen. Das glaub ich dir nicht, weil das nicht... Also weil das wirklich wahr ist. Wurde mir schon... Ich glaub das Flo wirklich nicht. Wurde mir schon oft genug gesagt, dass ich der Beste bin. Ich... Ich glaub Flo das einfach nicht... Also jetzt wirklich, ne? Hört. Dann hast du dir aber schon ziemlich viele Lügen erzählt. Ne, ne, also das wurde mir jetzt wirklich schon wirklich oft gesagt. Von einer Person... Sohn oder was? Was? Von einer Person oder was? Ja, aber auch von Menschenmengen. Die haben mir das zugerufen, als ich auf die Straße gegangen bin. Genau. Torben, du bist der Beste. Äh, ne. Doch. Keine Ahnung. Ne. Weil du voll der riesen YouTube Starber bist. Ich weiß, bin ich auch. Mein Zweitkanal Pilsmeet. Ich hab... Oh! Ich hab grad Diamanten übersehen. Einfach am Boden. Das ist echt traurig, Leute. Ich... Ich bin echt... Oh! Das sind wieder ein paar, Leute. Ja, ein paar sind das. Also nicht viel, aber ein bisschen, ne? Ein kleines bisschen ist das. So, ich würd sagen, vor der Deerrüstung, ich komme. Das waren mal eben wieder neun. Auf einer Stelle. Ja, geil. Jetzt hat er 26. Der kann die abrüsten und schwärfen. Das ist entspannt. Ist das fies oder ist das fies? Ich find das einfach nur nett. Ja, ich auch. Oh, ich hab ne Schlucht gefunden. Yay! So, ähm... Ja, ja, irgendwie sowas, ne? Oh, ne, das sind keine Deers. Das ist wieder so ein scheiß Diorit-Stack. Mann! Jetzt ist schon wieder meine scheiß Sack kaputt. Das gibt's doch nicht. Hi! Hi, Kollegas. Wenn ihr abchecken wollt, ne? Alter, ist das ne geile Schlucht. Hier hängen einfach tausende Erze von der Wand. Ja, dann musst du dich da ja mal hochbauen. Nein! Ich mein unten an der Wand. Hey, komm, wenn ich ne Schlucht finde, dann finde ich auch ne geile. So, erstmal nehmen wir das Gold mit. Weil Diamanten haben wir eh genug. Nun brauchst du nicht mehr. Nö, die nehm ich gar nicht mehr mit. Das seh ich auch nicht ein. Ich bin wahrscheinlich ewig weit weg von euch, weil ich mich so zehn Jahre in eine Richtung gebaut hab. Und dann fang ich jetzt erst ein richtiges Strip-Mining-System, weil hier macht es Sinn, ein Strip-Mining-System zu machen. Vielleicht mach ich unter meinem Haus eins. Und das vergrößere ich dann immer. Vielleicht tust du das. Die Antwort kann ich dir darauf nicht sagen. Hallo? Ja, was ist das denn? Der tut nur so, Alter. Du müsstest ja mittlerweile gut genug kennen. Ja, ich weiß. Okay. Deswegen frage ich ihn ja auch direkt. Achso, ja, stimmt. Mein Schatz ist gleich an. Hört ihr mich? Seid ihr noch da? Aha! Teamspeak hat einen Abgang gemacht. Pass auf, Flori. Das kannst du ganz leicht überprüfen. Indem... Indem du auf Teamspeak bist. Genau, und dann... Du bist gemutet. Idiot. Teamspeak hat einen Abgang gemacht. Oh, das kam jetzt erst bei mir an. Teamspeak hat einen Abgang gemacht. Hey, der kam bei mir jetzt auch erst an. Ich hab das gerade gesagt und der hat mir das nach... Ah, Flori, du bist echt... Ah, okay. Tobi, du darfst jetzt schreiben. Du bist dumm, Flori. Bitte schreib das einmal. Damit die ganze Welt das sieht. Und für immer im Gedächtnis behält. Und das werde ich dann... Die Situation werde ich dann... Danke. Die Situation werde ich dann so 15 Minuten lang hier stehen lassen. Schöne Folge wird das. Du glaubst mir das nämlich nicht. Ja. Dass du gemutet bist. Genau. Ob ich's mal wieder losstelle? Tobi ist immer lustig. Oder ist oben ein bisschen... Du kannst das definierst. Du kannst.